Nicht? Sch*** Shit Okay, mein Fail, ich hab nicht aufgenommen bisher Ich hab auch auf den Knopf gedrückt, aber egal Yoshi mit dem ersten Stock, Even Steven Für die, die es nicht wussten Es geht hier, dass sich das erste Game gegen Ricos Donkey Kong geholt Und dann hat Ricos Yoshi gecounterpickt und da sind wir jetzt Oha Schöne Kombo Yoshi hat seinen Double Jump vorsichtig aufbehalten Aufbewahrt Schöne Konversion, Platt vom Pressure Kommt hier der Stock? Nein Guter Air Lodge Wow, der Airy drift auf der Nutriere Von nirgendwo zu in deinem Gesicht Beide Charaktere jetzt ein wenig in Killputz händen Ein guter Read von Yoshi und Schiek fliegt auf jeden Fall Aber ein Air Lodge Read von Schiek könnte das jetzt auch schon tanken Uuuuuh Gute DI Beispiele jetzt im Bewusstsein In der Verwundbarkeit Wieder ein sehr guter Air Lodge Repos wird von diesen 50-50s einfach nicht Erwischt 160% Er kriegt den Entscheidenden Hit einfach nicht gegen die schnelle Schiek Ist schon sehr slippery Oh Wieder kein Kick Ohh Die Neutral der Rettet ihn vor dem F-Smash Schiek Boah Das ist noch nichts Aber es ist noch gar nicht nichts Ouh Jav F-Smash Auf 191% F-Smash Aiiiiiii F-Smash Eieieiei F-Smash 1-1 Ist das Top 5 oder Top 7? Best of 5? Wer ist gerade? Die Frage steht im Raum Schon gut so ein bisschen vor dem letzten Spiel Spielpotenzial. 1-1 Über nochmal 1-1 Loser's Quarters Skitty gegen Rebus Black Dinosaur Wir gehen auf. Wir wissen es noch nicht. Wenn du kommentierst, guckst du eigentlich auf den Laptop oder auf das Ding? Wenn du kommentierst, musst du direkt gucken. Bisschen verzögert, ne? Ich war mir sicher nicht, dass ich im Vorhinein kommentiere. Alles schon Cursed. Alles klar. Falls ihr euch gewundert habt, warum alles so nachträglich kam, jetzt habt ihr die Antwort. Ich guck auf den falschen Bildschirm. Und falls ich jetzt Hellseher bin, dann guck ich jetzt auf den falschen Bildschirm. Aber ich glaube, das ist jetzt wichtig. Die Rosalina kommt raus. Main Power Dreamland Let's go! Und Rebus direkt in Skittys Gesicht mit Jabs. Und Skitty direkt coast to coast hier. Andere Seite. Geht für den Matchup. Oh, der S-Mash. Ein sehr dynamisches Matchup auf jeden Fall. Huch. Schick wird von den Luma in die andere Richtung geschickt. Und Luma. Schon wieder dead. Schon dead. Was heißt wieder? Ich muss kurz kommentieren. Geht ihr essen? Wollt ihr kurz warten? Dann würde ich einmal mitkommen. Ja, es ist noch ein Game. Ne, also ne. Ich glaube, es sind noch zwei Games. Wüsst ihr auch nicht. Ihr könnt auch losgehen. Alles gut. Oh, 69. Kann da was draus machen? 69 ist immer gut. Aber der Trage beraubt ihn. Seine Super Saiyan Fähigkeiten. Uh. Wobei das eine 69-würdige Aktion war. Und direkt wieder Jabs on Shield. Krasse Schiebrescher echt. Uh. Schieb leert sich raus aus den Jabs. Schlau, schlau. Schlau, schlau. Oh, sehr gut. Skitty kill Luma. Und bringt... Sie Offstage. Der Hit war leider nicht gut. Aber der Erdorch Shreed diesmal. Skitty heute echt on point mit den Vanish Erdorch Shreeds. Uh. Bouncing Fish on Shield. Er landet auf der Plattform und wird nicht gepunished. Zumindest nicht für den Bouncing Fish. Für den Shield Drop danach. Oh. Uh. 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 Roblox Nash in der smash 1h Uh. Rosalina ist auch ein sehr leichter Charakter, in UpSmash auf der Plattform könnte das jetzt absolut machen. Igo ist schon wieder mit 69%, das ist ja sein 69-Game hier, aber da ist es weg. Und Vanish, die zweite aber leider nicht stark genug, ein bisschen zu früh. Ein Dash-Tag um Luma und Rosalina zu separaten, aber der UpSmash holt das Game. Der Creeple ist auch mit drei verschiedenen Charakteren hier, aber trotzdem mit Führung. Was macht Skitty jetzt? Skitty hat auch einen sehr starken Luigi, insofern ist jetzt die Frage, bleibt ihr bei Chic? Kommt der Switch. Sie sieht nach Smashville aus, aber vielleicht, ja, doch ist es Smashville. Jetzt geht es erst richtig los, ne? Chic kriegt noch eine Chance. Zack, 24 gute Prozente für den Anfang. Luma direkt mit der Combo-Interruption. Und die Japs zerstören Chic's Schild. Als wäre er nie da gewesen. Da war er zu landen. Uh, da kommen die Kombos. Ein Blumer Deed von einer einzelnen Form, oder? Ach, hier war es so riskant, manchmal an der Ledge zu stehen. Auf jeden Fall ein sehr viel besserer Anfang für das Game, für Skitty als letztes Game. Jetzt hatte er auch ein bisschen Zeit sich an Rosalina zu gewöhnen. Ich hab's verpasst, das könnte gut sein. Oha, Double-Hitting, Downey, viel Damage. Er ist gut, und ich will sie beide in Killpulls Händen, gar nicht. Sie hat keine Chance, aber Rosalina hat mehr Kill-Power. Oder die eher Luma. Aber die Abair, die, die einem Cross-Up, er hat das seine Kommen beobachtet. Äh, ja, im Keller. Schönes Downhilt für die Pressure und ohhhh, Luma finischt den Stock. Die Option Coverage war auch exquisit. Eben Steven, das Game hier, jetzt zumindest. Aber Rosalie Offstage, auf jeden Fall ihre größte Schwäche. Luma allerdings wieder tot. Ein paar Sekunden, dann ist Luma wieder da. Ist das die Rettung? Zack! Miku ist sofort wieder aggressiver von drunter mit der Downhair-Becke. Ich weiß es nicht. Uh, die Abwehrs. Creepy. Extrem aus den Lichen hier. Kommt der... Wo kommt der Kill? Uh, da ist der Kill gewesen. Da ist der Kill gewesen. Ich wünsche an Repos für das Set. Nein?